Hallo Leute, hier ist wieder Thomas, ja die Wette ist nun vorbei, nah da kam das Video jetzt ein bisschen verspätet, aber auf jeden Fall habe ich verloren, der Kai und der Jürgen waren einfach besser als ich, aber es macht nichts, das ist jetzt erster Anfang, die Wette waren jetzt nur so ein Kickstarter für die Diät, ich habe mir jetzt schon ein neues Ziel gesetzt und zwar bis August 6% Körperfett, mal sehen ob ich das hinkriege. So, auf jeden Fall, im Anschluss seht ihr jetzt eine Szene aus dem Studio vom Stichtag, wir haben das dort gedreht, das dort fand die Wette statt, also viel Spaß beim Schauen, bleibt dran und wir sehen uns das nächste Mal, ciao, ciao. Auf, jetzt habe ich mich nackt gemacht und erst geht jetzt da, Alter. Willst du dich nackig ausziehen? Weh, watch, jetzt komm. Ach nee, wir haben von Bauchpartie gesprochen, jetzt fuhn nackig ausziehen. Ist doch schessiger, mach doch jetzt, jetzt sind wir so dumm, nackig, zieh dich jetzt aus. Ihr seid doch blöd, auf den Scheiß, wache, ey, da war nie, die ist doch nicht draußen. Scheiße, in der Spur anziehen. Was, das war schon, warte, Jürgen, wir müssen das erst mal beurteilen. Ist das denn da noch beurteilt? Ja gut, der Jürgen hat schon, ja gut. So, Jürgen, gell, und das ist das, was ich zu dir gesagt habe. Dein Gewohnheit ist ja klar. Alter, okay. Was jetzt, warte ich. Ey, da kommt Platz zwei und drei, muss auch noch gelegt werden. Was, jetzt, die Mehrheit entscheidet. Dann mach du nochmal und dann mach ich. Na, auf, du bist ja die, ey. Dann lege ich mich drauf. Ey, jetzt will das wieder abkommen, dann bin ich so. Also, wenn man zehn. Ja, zehn. Zehn. Und das gibt es eigentlich, weil der schon ein bisschen locket hat. Auch noch ein bisschen kräftig. Es ist aber schwer bei euch zwei zu sein. Die zwei sind beide topf. Ja, ja. Mach mal nebeneinander. Völlig. Wie willst du das? Nebeneinander. Das ist ganz anders. Ich bin ein bisschen her. Aber die ist doch bald raus. Ja. Ich meine, die Ausbringung kommt mir schon in den letzten Jahren. Ja, das ist aber echt schwer zu sagen. Ja, komm. Mach mal Strichliste. Ich kann auch mal. Ey, jetzt komm, entscheidet mal zusammen. Ja, eigentlich nicht mehr. Ja, komm, sag mal, wer ist für den Kai? Wer ist für den Kai, der streckt? Ich müsste schon Urteil verletzen. Ja, gell? Wer ist für den Kai, der streckt jetzt einfach? Ich müsste schon Urteil verletzen. Also eins, zwei, drei, vier. Vier und der Rest? War das Spannung, oder? Ja. 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 Sobald die nicht anspannen, sieht es ganz anders aus. Ja.